Wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Lieblingssongs haben und dass wir gemeinsame Lieblingsstars haben und der Star, der am hellsten und grünsten leuchtet ist, Kermit der Frosch. Und Kermit hatte zwei große Hits, nämlich »Es ist nicht leicht, grün zu sein«, dieses Lied »Es ist nicht leicht, grün zu sein« hat übrigens Manfred Krug gesungen für einen Parteitag der Grünen, das extra eingebaut. Das ist eine wahre Geschichte, zwei Jahre vor seinem Tod. Und die Grünen, also es ist so cool, also bist du im Alter, das ist nicht leicht, grün zu sein. Was machen die grünen Abgeordneten? Quatschen immer weiter. »Es ist nicht leicht, grün zu sein«. Und dann hat Manfred Krug abgebrochen und hat gesagt, »Ja, blöden Wichser hab ich nicht verdient«, nicht in diesen Worten, aber so. Und der andere große Hit von Kermit, »Ich bin froh, dass du den spielst, der ist viel schwieriger.« »Ich bin froh, dass die Band noch da ist«. Dieses Lied heißt »The Rainbow Connection« und das wendet sich an alle Träumer und Verrönten da draußen. Also alle Revolverheld-Fans. Ich möchte, dass du uns zuhörst mit einer Intensität, die ihr vorher nicht wusstet, dass ihr sie in euch birgt. Ich benutze immer schöne Worte, Bartmann, damit das nicht mehr so eine Rockshow ist. Ich möchte mir das Jungs zuhören mit eurem ganzen Fachanzimmer, meiner ganzen Leidenschaft. Nicht ich fang jetzt an. Nein, 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 ich brauche auch mehr Halle auf der Stimme. Aber ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Warum sind es so viele Songs über Reynboos? Was auf den anderen Seite? Reynboos sind nur die Illusion. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018